ja und damit herzlich kommt zurück zu die sind ja hinter mir Let's play Destiny 2 ich dachte die das Tor geht jetzt auf aber die waren einfach hinter mir ich weiß was liegen muss ich muss ein Traumler weg äh wäschte bitte ich komm gar nicht zum Regen gerade weil viele Gegner warte hab ich uh jetzt komm hier rein da kommt jo oh 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 komm schon geh down ja du hast mir bereits meinen Geist genommen das muss einer der vermissten Hüter sein gehe seiner übertragung jetzt nach kaliban hört ihr mich kaliban hört ihr mich alt ist diese waffe krass er wird sich schon wieder beleben so wir machen weiter dämmerung feuerprobe jetzt kann ich auch mal reden müssen noch ein paar beute züge abschließend für eine herausforderung zu schließen damit können wir eine mission die übertragung kam aus diesem raum wo ist dieser hüter diese wache ist sehr krass der kristall war voller leere licht mal meine maus ein bisschen schneller damit würde ich ein bisschen mehr gucken so leere ladung auf an alle kanäle hier spricht ein search and rescue team hört uns jemand irgendwer ok der ist wieder gestorben und es wird uns anscheinend keiner aber das sind andere das sind andere dämmerungsstripe ne das ist nicht ein normaler oder so cool ich habe ja dieses dämmerfolie dieses dämmerfolie das was ist das es geht hier um eine art beschwörungstauber das ganze wird durch leere licht ausgelöst die schar will irgendwas zu titan rufen kein wunder dass sie da keine gesellschaft wollen ist da jemand hallo hört mich jemand ich bin mir sicher eine stimme gehört zu haben wir sind hier wer spricht da ich mache einfach weiter und rede vor mich hin und hoffe dass das signal besser wird die schar kann ohne diese kristalle gar nichts beschwören ich habe ich habe die 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 Ich bin bald da unten. Ich wünsche mir könnte da unten hier umherlaufen. Teko 3 hier. Unbekannte Einsatzgruppe. Hört ihr mich? Wir hören. Sind da noch andere? Nein, sind nur wir hier unten. Hm. Sooo, komm. Dann kann er daun. Oh oh, was ist denn was Fettes? Wann geht das wieder? Na, gönnt ihn eine Granate. Oh, ich bin tot. Wow, hat er mich gewandelt mit seinem Scheiß. Oh wow, der also verläuft, Alter, vorbei. Ja, das ist voll. Oh, ich bin tot. Bin ich schon, ne? Perfekt. Jo, aber bist du. Aber du bist gleich da. Du bist gleich da. Äh, Hexe. Das ist cool eigentlich. Den belebe ich auf jeden Fall. Oh, das ist der hier. Äh, ich bin lebt. Oh, das ist der hier. Wir kamen zu neunt hier runter. Doch einer nach dem anderen fiel. Musste zusehen wie eine Hexe das Licht aus meinem besten Freund riss und es in eine Art Kristall verwandelte. Sie ernten Hüter ab. Iiii. Ach. Das sind alles Hüter. Was? Hier, Finisher. Eine Krise Licht habe ich bekommen. Und nochmal Finisher. Ich muss das machen wegen der Beutelzug. Haben wir, ah, haben wir unseren, äh, Herbert? Ist Herbert noch hier? Nö, Herbert sehe ich nicht. Herbert sieht keine Male. Dieser Ferder von. Oh, was ist das? Cool. Evacuation. Ja, ja, wenn ich schnell glaube ich bei gehen. Das ist hier so läuft. Perfekt, so muss ich gleich. Verlorende Kolonien? Oh, ich hab irgendwas abgeschlossen. Äh. Was hab ich denn abgeschlossen? Ich hab die Zeit genommen, um die Verlorenen Kolonien auf die Tat zu ehren. Ich bin pain safe. Wie? Ist das? Wichtig und mächtigen gefallen. Aha. Ja. Hier haben wir... Superfähigkeit. Ja, den haben wir abgeschlossen. Superfähigkeit. Champion. Leere. Leere Kills. Ah, ja, da brauchen wir unser, so, unser fettes Maschinengewehr. Superfähigkeit wieder. Multiple, ja, okay, das geht auch. So. So. So, lad, wo das... Ja, das kriegen wir irgendwie... Okay. Da kriegen wir alles hin. Dann wollen wir mal das Eventar mal. Ach, die hat... Die hat Feuer. Und das Ding hat auch Feuer. Ja. Wir rüsten wir das mal aus. Rad für Feuer. Und hier rüsten wir das leere Ding aus. Weil ich brauche... nicht. Ich fülle es. Der ist egal. Ich fülle es zum. Das ist egal. Wo ist er denn hinbringen? Ich habe keine Ahnung. Nein! Was ist das? Was habe ich denn mit dieser blöde Kugel? Ich weiß nicht. Hm? So, hier. Ihnen ist die wahrscheinlich reinbrücken, ne? Nee. Keine Ahnung. Warum gab es diese blöde Kugel da, die man mit den irgendwo einsetzen kann? Warum? Ach, die muss man da hinten, der ist da. Hey, da muss man ja... Warum ist das hier oder so? Das ist blöd, wenn die da hinten drauf. Jo, ja, genau. Darf man vielleicht ein bisschen Zeit haben, um mal wegzukommen aus der Todeszone? Das ist ja komplett unfair. Gönn dir meine Granate. Und jetzt gönn dir meine... Ja, da muss man nicht... Oh, geil! Ja, da muss man nicht... Oh, geil! Oh, geil! Ich habe Protest gesprungen! Ich habe jetzt diese... Das ist für mich mal vorne irgendwann nach oben. Grund soll ich nicht nicht jetzt für vielleicht mehr? Nö. Ich baume auf. diese dinge diese fallen die sind ja komplett behindert ja das bringt ihr auch was vielleicht habe ich da eine idee kommen wir suchen pico er hat was ist das wird etwas heikel hier unten ihr müsst umkehren halt durch wir sind auf dem weg ich weiß was zu tun ist wir verwenden die kristalle gegen die schar in dieser kammer gibt es keine energiegeladenen kristalle gibt es einen plan b schon gut wir halten uns an den plan du hast gesagt es gäbe keine kristalle noch nicht ich muss ja eh mit leeren schaden besiegeln ja ok die ist nicht klar das ist ein heiliger ja 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 tschüss hat so gut funktioniert sie hat sich selbst geopfert ja ich bin willkommen habe ich hier mal abgeschlossen wie viel leere kind muss ich noch machen noch mehr das endet hier ja 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 sehr nett das haben wir tatsächlich schon mal gemacht aber nicht in dieser Form das ist ja nur deswegen warum ich dann überhaupt noch irgendwelche müssen wir mal wieder gucken 4 kills und finisher und finisher ich bekomme diese Position aber das ist doch gar nicht was ich bin ich bin dieses Dinger oh warte ich bin ein hey moin voll in die Kopf hey ich bin überlebt ich möchte wieder einen Penner der das nicht macht ich komme mal ein bisschen um die Gäsche um die Gäsche genau diese gehs noch doch gibt mir vier kills mit dem ding hier ja perfekt immer ein kill ist ich genau ein kill wahrscheinlich gemacht ach scheiße ja danke dieser fx der könnte ja auch mal nett sein und den leuten helfen aber der macht das nicht dieser blöde fx alter anstatt die leute wieder zu beleben läuft er einfach dran vorbei dein opfer war nicht vergebens ach die einheitliche aber die nicht ganz da war ich bin hier ich bin bei Headshot habe ich getötet, geil. Guck mal die Waffe. Ja, Damage kann sich sehen lassen. Wäre nett, wenn der auch noch was tun würde. So, jetzt habe ich wieder die Fette Waffe. Ich kann damit ein paar Gegner wegschwitzen. Oh, Hilfe! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Oh, mach der Musik so. Ist immer gut. Ich kann noch zwei Kids mit dem Ding hier. Perfekt. Warum musst du mich angreifen? Ich habe mich angreifen. Ja, natürlich mit seinem scheiß Ape-Bot. Ich werde gleich wegschwitzen. So! Leere Zeit! Ja, nicht. Gut. So, das macht viel damage. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Yes. That's. I have hit, hit, hit. That's the other way. That's our chance. und ja wenn es der Typ mal wiederbleiben würde Wo ist denn der? Was macht der denn? Dieser FX. Warum kannst du uns nicht wiederbeleben, du Penner? Alter, was für ein ekelhafter Sack-Mitspieler. Bade, ist das ekelhaft. Das ist drei, vier, vier. Was ist denn? Au, du kommst. Ich with die tVisch hier! Überlose ich nicht wieder... Ich verlebe mich nicht wieder. Wen Episode 5. Ich glaube nicht, dass sie tot sind. Versucht es weiter. Kaliban im Unbekannten. Hört ihr mich? Ja, wir sind hier. Wir haben uns um die Schar gekümmert. Aber diese Einsatztrupps kommen nicht mehr nach Hause. Verstehe. Wir werden die, die heute gefallen sind, ehren. Begebt euch zur Oberfläche. Gute Arbeit. Gute Arbeit hier. Dem Kenner kann man das nicht erwarten. Der da. Schrecklich. Hoffentlich kriegen wir danach mal einen besseren Mitspieler. Nicht so Ideen da, weil das war. Ich kann solche Leute nicht leiden. Ähm, ja. Also müssen eh drei Strikes machen. Ähm, warum haben wir denn jetzt nicht... Warum haben wir denn jetzt nicht hier diesen Champion-Aktions bekommen? Ähm, ich glaube, ich muss noch mal... Ähm... Ein Tormund mir eine andere Mission besorgen. Weil... Die kriege ich irgendwie nicht abgeschlossen. Äh, irgendwie Champions, keine Ahnung. Haben nur einer, glaube ich. Und das war diese alte Oma. Die rumgeflogen ist. So, aber egal. Ähm, das war der erste Dembrugs Strike. Ich weiß nicht, ob wir danach nochmal einen machen müssen. Wenn ja, dann machen wir halt noch die 2 Strikes. Und, äh, danach werden wir dann nach Merkur gehen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Ciao.